Hallo, ich bin die Sarah, 26, komme aus Frankfurt. Ich absolviere gerade mein Traumpraktikum bei Beach Inspector. Meine Aufgaben sind Strände bewerten, dieses ganze Einfügen in ein Programm und das ganze auszuwerten. Lieber Schatten unter dem Sonnenschirm. Mein Traumstrand ist eine kleine Bucht mit weißem Sandstrand, ganz fein türkisenes Meer und keine Menschen. Beach Potato, eindeutig. Auf jeden Fall meine Kamera, die Ray-Ban Sonnenbrille und die Sonnencreme. Buena Vista Social Club. Nach Panama aus San Blas. Ein eisgekühltes Bier. Bitte schön. Grazie für's. Vielen Dank.